Ich kenne die Gesundheitstage nicht vom persönlichen Besuch, aber aus den Medien und Publikationen habe ich das natürlich mitverfolgt, auch Internetauftritte. Der Situation geschuldet werde ich nicht vor Ort sein können, aber natürlich werde ich versuchen, digital, virtuell das eine oder andere mitzunehmen oder mich dazu zu schalten. Untertitelung des ZDF, 2020